Das gab ja aus der Zeit der Rampffmaschinen nur die Rampffmaschinen. Schnell geht es nicht. Jetzt nimmt die Späne. Diese auf 8 mm Durchmesser, 6 mm lang angedreht und dann ein Gewinde geschnitten. Der ganze Vorgang wird ungefähr 2 Minuten dauern. Die Späne ist 6 mm. Die Späne ist 6 mm. Die Späne ist doppelt so viel weg wie sie erst. Geht her. Die Späne wird schneller treten. Es geht schneller. Es geht aber schnell. So, jetzt fuhre ich mit dem Weg. So, jetzt fuhre ich mit dem Weg. Geht das wieder runter. Geht das immer weiter. Die Späne ist so viel weg. Die Späne ist so viel weg. Es geht nicht. Sie müssen sich weiter runter. ErФster wird dir nicht mehr hält. Das ist so süß. Ich fuhre ich mit dem Weg. Ich bin den Weg. Er Equity. Er ist so süß. Eine Frage. Vielen Dank.